Guten Morgen. Guten Morgen. So geil. So, ich fahr jetzt vom Arzt. Ich krieg ja heute die Laborwerte. Leber, Nieren. Heute kann man testen lassen. Muss einfach sein. Ja, ich bin mal gespannt. Drückt mir mal die Daumen. Also Blutdruck. Asta Bohne. Asta Bohne. Besser geht nicht, hat sie gesagt. Ich war erst besorgt. Ich dachte, es ist ja viel zu viel. Dann sagt sie, nein, das ist genau richtig. Gut, okay. Bin gespannt. Muss jetzt gleich los, sonst versäugen wir den Tag. Okay, das mach ich. Ja, ja, ich freu mich schon. So, das wird heute schön. So schön auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Tag. Weil es gibt mal außen, ist das Wetter auch schon sehr angenehm. Super, ne? Naja. Okay, bis bald. Ciao, ciao. Bei mir. Bye.